Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir sind jetzt hier dabei, unseren kleinen Villager-Stand zu bauen. Ja, Stand nicht unbedingt, aber so ein Villager-Breeding. Und wie man das macht, das kann ich euch gerne mal zeigen, wenn wir dann soweit sind. So, erstmal hier noch ein bisschen Glowstone, sag ich. Ein bisschen Glas. Oh je, das wird hinten und vorne nicht reichen, glaube ich. So, dann hier noch. Na, komm. Und dann... Hase, du musst leider weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Danke. Nein. Nein, oh mein Gott. So, warte mal, habe ich hier? Ja, hier habe ich Streichel. Das war knapp. Na, komm. So und so. Ja, da brauche ich noch ein bisschen weißes Glas. Super. Ach ja. Zum Glück kommen wir es ja nicht so weit. Ich habe gedacht, ein Stack würde ausreichen. Hm, anscheinend nicht. Ah, das wird noch ganz lustig, die Villager da rein zu bekommen. Müssen wir dann hier mit Bahnstrecken und sowas arbeiten. Wird schon witzig, denke ich. Die, 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 die. Na, komm, mach hier ne. Wir haben doch keine Zeit. So. Glas. Glas. Hellgrau. Nee. Ach komm, mach ich mal wieder ein paar. Kann man ja immer mal wieder gebrauchen. So, so, zack. Und da Bärchen. Du, 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 du. Eigentlich könnte ich da unten drunter auch noch ein bisschen was bauen. Also unter das Glas fällt mir gerade so ein. Weil einfach nur Erde, das gefällt mir nicht so. Hm. Bin ja jetzt echt schwer am überlegen. Und ich bin auch noch am überlegen, wie wir dann hier den Weg machen. Dahin. Weil hier soll dann auch auf jeden Fall auch noch ein Trading Center hin. Wenn das denn dann so klappt. Wie ich mir das denke. So. Dann. Warte mal. Das machen wir hier ein bisschen anders. Da ist Streichel. 1, 2, 3. Machen wir das so. Da nochmal. Genau. So. 1, 2, 3. Und dann hier noch. So. Sehr schön. Und hier nochmal. Zack, zack, zack. Wunderbar. So. Dann können wir hier eigentlich auch nochmal so. Ne, ringsrum. Nein. Da nicht. Jawohl. Egal. So. Und so. Und dann so. Ich habe hier irgendwo Lava gehört. Kann das sein? Ja. Egal. So. Dann hier noch. Hier noch. Und hier noch. Sehr schön. So. Jetzt haben wir hier einen schönen Glaskasten. Da kommen Villager rein. Da müssen wir aber noch ein bisschen Glowstone und sowas machen. Und jetzt brauchen wir... Ja. Ich würde es gerne hier machen. So. 1, 2, 3. Geht 7 runter. Ja komm. Ich baue mich dann einfach wieder hoch. Das sind 3, 4, 5, 6. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und 7. Und dann hier. Kommen dann ein paar Türen hin. Ja komm. Ist egal. Die werden auf jeden Fall breite kaputt gehen. Die Spitzhacken. So. So können wir das machen. Ja genau. So. Ich würde es aber hier gerne noch ein bisschen verkleiden. Einfach nur damit es ein bisschen schöner aussieht. Und vor allen Dingen möchte ich mir das auch angewöhnen. Ja. Schaufel kaputt. Sehr schön. Eigentlich nicht. Aber egal. Ich möchte mir das ein bisschen angewöhnen. Äh. Ja hier ein bisschen besser zu bauen. Äh. So. Du mit. Das müsste eigentlich so auch ausreichen. So. Ach komm. An Eisen kann ich ja auch nicht vorbei. So. Da kannst du rein. Gut. Der hält mir das schon mal. Dann hier. Bis. Ja doch. Bis hier hin. Ja komm. Können wir eigentlich was vorziehen. So. Dann hier eben noch den Boden raus. So. Ja. Ich habe doch gewusst. Ich habe hier Laber gehört. Und ich höre noch ein Zombie. Die ganze Zeit. so. Ja. Zack. 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 Und zack. Und zack. Ja. Hier auf jeden Fall auch noch. So. Dann hier die Decke auf jeden Fall noch. Muss auf jeden Fall sein. So. Achso. Ja. Genau. Genau. Ich habe ja keine Schaufel mehr. Haha. Dann werde ich mir gleich noch die Schaufel dann aus der Truhe nehmen. So. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Jetzt habe ich hier keinen Koppel mehr. Naja. Egal. So. Türen. Ah. Komm. Hier hin. So. Zack. Zack. Und zack. Ich glaube ich hätte besser von hinten angefangen. So. Ja. Die Türen sollten eigentlich ausreichen. So. Zu. 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 So. Ja. Wunderbar. Dann machen wir hier noch so einen kleinen Abgang. Da brauche ich aber auch noch Wasser dazu. Und wie wir das dann weiterhin machen. Oder machen wir hier den Abgang. Ja. Ich würde sagen wir machen hier den Abgang. Ja. Das klingt gut. Machen wir da den Abgang. So. Was brauche ich denn jetzt noch. Warte mal. Lass mich mal überlegen. Ich brauche auf jeden Fall Koppel. Ich brauche mein Karte. Mein Karte. Und. Schien. Genau. Aber hoffentlich kriegen wir das an einem Tag hin. Das war hier die Willischer rüber. Buxieren. Bin so noch so noch am überlegen. Wie wir das am geschicktesten machen. Weil hier überstockten Steinen. Das wird schon lustig. So. Streng brauchen wir vor allen Dingen. Ähm. Warte mal. Ich brauche. Ach komm. Gib mal her. So. Ne. Die Türen kommen da erstmal wieder rein. Dann. Da kommt Eisen rein. So. Glas habe ich da hinten noch. 64. Ja toll. Naja. Stein. Da. Da habe ich noch Andesit und Granit. Und da habe ich noch ein paar Blumen. Ach Gott. Ja die Blumen. Die werde ich mir gleich machen. Hier so. Zack. Noch irgendwas. Ne. Gut. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Äh. Ne. Das hätte ich schon ein bisschen sortiert. So. Genau. Da haben wir noch ein bisschen. Mohn. Mohn. Äh. Da. Körner. Da rein. Da rein. So. Holz kommt auch noch runter. Ich muss sowieso runter. Noch eine Runde pennen gehen. So. Zack. Zack. Ja. Dann kann ich auch gleich mal ein Andesit und sowas verpacken. Wegpacken. So. Das da. Und das da. Gut. Und können wir. Ja. Fangen an zu ackern. Und backe Brot. Sehr schön. Haben wir doch bald wieder unsere ganzen Achievements. So. Jetzt. Ähm. Wo habe ich jetzt die ganzen Schienen? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ich glaube ich habe noch ein paar im Neta. Ach guck mal hier. Das sind doch genug. Ja. Vielleicht. Vielleicht nicht genug. Aber. Oh gut. Wups. Wups. So. Ähm. Bevor ich das jetzt anfange. Muss ich erst mal da lang. Und. Da noch so eine Falle hin machen. Beziehungsweise. Ah. Ich hätte noch mal Glas gebraucht. Verdammt. Naja. Oh. Hier mal schnell durch. Gewischt. Oh je. Doing. Na komm. Lauf. Soll es laufen. Ja. Wie machen wir das jetzt hier am geschicktesten? Testen. 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 So was wirklich? Hm. Ja doch. Müssen wir. Wir müssen hier. Ah. Jetzt habe ich die Schaubel vergessen. Ach. Verdammt nochmal. So. Äh. Kannst du weg? Erstmal musst du weg. Ne? So. Du noch weg. Und hier kommt dann nochmal ein Block hin. Genau so. So. Dann. Wasser. Habe ich hier gesehen. So. Dann kommt dann erstmal hier ein Wasser hin. Und bis wohin fließt das? Hm. Oder soll man das vielleicht unterirdisch machen? Das wäre vielleicht geschickter. Dass wir hier so eine Art Brüderraum bauen. Weil hier zu sehen. Hm. Das würde ich ungern. Hier zu sehen lassen. Zu sehen lassen. Ja genau. Aha. Äh. Ja. Doch. Das passt. Achso. Ich brauche meine Schaufel. Ich brauche meine Schaufel. Und dann mache ich mir noch bedanken. Wie ich das dann am besten mache. So. Hm. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein paar Schilder. Definitiv. Und noch ein Gate. So ein Gatter. Brauche ich auch noch. Ein Gatter. Ein Gattergatter. Kein Unsgatter. Sondern ein stinknormales Zaungatter. Haben wir hier noch was? Mal gucken. Äh. Nö. Warum denn auch? So. Warte mal. Ich kann hier mal die Erde reinpacken. So. Ich habe schon wieder einen Samen. Achso. Ja genau. Ich habe ja die Erde abgebaut. Gut. Ähm. Du kommst erstmal da rein. Du störst ein bisschen. Die. Da haben wir noch Schienen. Die werden wir noch brauchen. Ich glaube da werden wir noch wesentlich mehr brauchen. Vielleicht mache ich das so wie ich das schon mal gemacht habe. In einer anderen Welt. Dass ich einfach die Schienen wieder abbaue. Ja. Das könnte man eigentlich auch machen. So. Nehmen wir mal zwei davon. Äh. Vier. Halt. Ja komm. Ist jetzt egal. Ist jetzt egal. So. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Zwei. Genau. Hier. Eichenholz. Zaunthor. Gut. Wäuche ich noch zwei Schilder. Oder mehrere. Machen wir das mal so. Äh. Koppel. Nehme ich auch mal ein bisschen was mit. Und dann würde ich sagen. Liegen wir mal los. Und ich werde mal auf jeden Fall noch aus der Kirche das Bett mitnehmen. Weil da dauernd hin und her laufen. Ne. Ist nicht so toll. So da lang. Wieder hier lang. Dann hier wieder rein. Und hier das Bett mitgenommen. Sehr schön. Kommt. Dich nimm auch mal mit. Du hast hier an der Kirche nichts zu suchen. Äh. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Hm. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Raum ausheben. Jetzt habe ich schon wieder meine. Oh. Jetzt habe ich schon wieder meine Schaufel vergessen. Das gibt es sogar nicht. Ich bin jetzt halt gewohnt. Dass ich jedes Mal. Dass ich immer mein Werkzeug dabei habe. Hm. Ich bin jetzt gerade schon am überlegen. Wie der Raum aussehen soll. Ja. Vollgas hinter sich. Ja toll. Ich hole jetzt noch meine Schaufel. Das mache ich jetzt auch auf jeden Fall noch. Hm. Vor allen Dingen muss ich dann auch gucken. Dass ich da die Villager irgendwie wieder raus bekomme. So. Schaufel. Da. Wunderbar. Fällt mir die schon mal. Ähm. Bäm 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 bäm. Was haben wir da noch drin? Ja. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Das ist gut. Workbench nehme ich mal mit. Was brauche ich denn nicht? Ich brauche keine Sticks. Lassen wir die Sticks weg. Das Knochenmehl kann ich eigentlich auch wegpacken. Das packe ich jetzt mal hier rein. Gut. Ja. Doch. Schere habe ich noch. Okay. Warum auch immer. Jo. Gut. Ähm. Aber in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn dann der Raum da ausgerufen wird. Und ja. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.